hm? Wer meint was anderes? ah! Ok Freunde, Drei, Zwei, Eins waaaah Was machst du nicht noch das Video? Weils Đigger! Willkommen zu einem neuen Video von M. Bu. Juhu! Juhu! Waaah! Freunde, ihr seht hier hab ich eine Topo Entweder die 5 Sekunden oder die 7 Sekunden Challenge Ihr dürft entscheiden 5 oder 7 Weil das wird schon ein bisschen, das ist so von ein bisschen leeeicht auch schwer, so weißt du? Aber trotzdem schwer. Sieben? Ja, okay, sieben, sieben, sieben. Sieben wollt ihr? Bestrafung gibt's auch. Warte, lass mich kurz überlegen. Portugal, Argentinien, Brasilien, okay. Wollen wir das so machen, dass ihr beide gleichzeitig buzzern müsst? Also mit Buzzer oder? Nee. Oder nacheinander. Oder nacheinander. Ja. Nein, Digga. Ich wollte das so machen, dass man buzzert und dann, wenn du schaust, dann... Dann hast du sieben Sekunden Zeit. Dann hast du sieben Sekunden Zeit. Um zu machen. Und kriegst dann einen Punkt. Ja, okay. Und was, wenn ich es nicht schaffe, dann out. Dann darf Jusuf noch einmal versuchen und dann Dings. Guck mal, sagen wir zum Beispiel... Ja, okay, nein, dann darf Jusuf nicht mehr. Sag fünf Länder und ich sag dann vier und dann hat der ja schon vier Stück von mir. Nein, darf der nicht, der muss dann andere nennen. Äh. Der muss dann was anderes sagen. Das ist viel zu schwer, das macht keinen Sinn. Ja, okay. Fricht ich mich. Buraks Spiel, Buraks Regeln. Okay, wir fangen an. Nennt mir... Was reimt dich auf Auto? Jusuf. Oh, klasse, ja? Ja, es geht schon. Rauto. Mauto. Ciao, To. Fertig. Das ist nicht ein Reim, Dinger. Du hast fünf Sekunden Zeit. Auto. Konto. Oh, nein. Ist nicht. Nein. Ich war schon lieber auf fünf. Wir hatten gesagt fünf. Jusuf, Konto reibt sich nicht mal. Ja, Dinger. Ist ja zu scheiße. Sag doch mal was, was du schreibst, Junge. Mach du. Was weißt du? Nein, das ist für euch die Frage. Ihr müsst sagen. Ihr habt beide verkackt. Jetzt kriegt ihr auch beide einen Minuspunkt. Was? Ihr habt minus eins, minus eins. Das macht gar keinen Sinn. Weil ihr scheiße seid. Aber warum kriege ich einen Minuspunkt? Ich habe nicht mal geklatscht. Hä? Dann musst du mich fragen. Willst du auch antworten? Ja, du wolltest. Also musst du das auch. Warum? Ich wollte vielleicht nicht. Hey, wie dumm seid ihr? Ja, sag doch was. Was sag ich auf Auto? Klaus, Dinger. Auto, Naruto. Nennt mir drei türkische Serien. Yusuf? Senallat Karadenes, Bizim Hikaye und Söss. Stark. Null zu minus eins. Ja. Jetzt nennt mir drei Serien, die Anne geschaut hat. Bizim Hikaye, Musiker Doktor und Türlich Ertug. Anne! Stimmt nicht. Anne! Anne! Ja, okay, aber Türlich hat die nicht fertig geguckt. Ich mach jetzt ernst. Anne! Anne, hast du bizim Hikaye geguckt? Ich hab bizim Hikaye geguckt. Fertig? Hast du Musiker Doktor? Hallo, fertig geguckt, Murat. Okay. Musiker Doktor? Hab ich auch geguckt. Fertig geguckt. Fertig geguckt. Okay, und? Dirlich Ertug. Nicht. Nein. BK-Russisch. Doch, doch, doch. Moment, Moment. Nicht fertig geguckt. Doch, fertig geguckt. Nein. Ich hab später alles nachgeguckt. Sag, was am Ende passiert. Ja, okay, lass das. Ich hab' nicht geguckt. Dirlich hab' ich geguckt. Eins. Eins zu minus eins. Ebre ne de Ebre? Ich will dem nicht sagen. Warum? Weil, guck mal, Zug greift mich die ganze Zeit an, ich kann gar nicht spielen. Und guck, jetzt kommt die zweite. Ich werd' dich nicht spielen. Nenn mir drei Tiere, die mit D beginnen. Okay, du hast sie. Delfin, Dachs. Nee! Bist du auf Winze oder willst du nicht? Ich will nicht. Was? Wo fragst du ihn? Ich will nicht. Okay, eins zu minus. Vor allem du fragst zwei. Der kann überlegen. Ja, Mann. Ja, du bist so scheiße. Ja. Du bist. Ja, wie viel hast du? Ich will den Vorsprung geben. Eins zu minus zwei. Okay, ich gewinn. Ich will den Vorsprung geben. Ebre! Okay, ey. Guck mal, dafür habt ihr jetzt zehn Sekunden Zeit. Nennt mir drei Gründe, warum Burak, also ich, Durchfall kriege. Wow. Esst schlechte Döner gegessen, zu viel Schaf gegessen und trink Milchprodukte. Weißt du, was ich meine? Eiweiß, Eiweiß, Digga. War doch klar, Digga. War doch drin, lass ich gelten. Nein, stopp. Was? Weil schlechte Döner kein Durchfall. Doch. Doch. Weil schlechte Döner. Du machst das trotzdem? Was? Keine Döner. Laktose, gell? Ich glaub, ich hab wirklich Laktose. Nein, Laktose. Junge, bei Laktose würdest du richtig abgaben. Laktoseintoleranz. Scharfes Essen krieg ich auch. Scharfes Essen hab ich schon gesagt, Digga. Scharfes Essen, ja. Der ist minus eins, du hast eins. Nennt mir... Drei... Digga, hab ich jetzt hier drin, gell? Ja, sag. Drei Fußballer, die mit B anfangen. Warte. Nein. Bacuai. Und ähm... Der hat vorher geklatscht. Ja, Minus. Minus. Ja, hast du es geschafft. Ja, hast du es geschafft. Ja, hast du es geschafft. Du hast fünf Sekunden Zeit. Wie viele? Drei Stück? Ich will nicht, Digga. Ich will nicht. Du hast jetzt Null, du hast Minus Eins. Bruno Verlangen. Nenn mir... Digga, ich mach einfach. Ja, mach. Wenn du nicht mit spiel willst, dann spiel ich mit. Ich spiel doch. Nenn mir drei Dinge, die dich zum Lachen bringen. Ja, du hast... Burak, Yusuf, Anne. Nein. Oh. Doch, das sind drei Dinge, die dich zum Lachen bringen. Nein. Lass dich nicht gellen. Bist du der Schiedsrichter oder was? Ja, warte. Null, Null. Ja. Ernst? Null, Null. Ich kann auch sagen. Null, Null. Aber sag doch wenigstens Clown. Kein Clown bringt mich euch zum Lachen, der macht mir Angst. Der ist doof, Digga. Es geht weiter. Was macht der Verlierer, sag mal? Der Verlierer kriegt eine Bestrafung. Ich hab gesagt, ich gewinne. Ich hab gesagt, ich überhole den. Ich mein's ehrlich, strengt euch an, weil die Bestrafung... Yusuf mag die Bestrafung überhaupt nicht. Eier trinken. Auf jeden Fall geht's weiter, okay? Ihr habt jetzt... Acht Sekunden. Acht Sekunden. Acht Sekunden Zeit. Drei-seitig. Acht Sekunden Zeit, Yusuf. Okay. Macht mir... Fünf Tiergeräusche. Kukurukuuu. Wuff. Miau. Kukukummiu. Ähm, und? Acht! Do-raaaah! Du hast fünf Sek... Du hast fünf... Zeit war schon vorbei. Das vierte Antwort nicht. Fünf Sekunden Zeit. Va-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Miau. Ver-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ver-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ihr seid beide scheiße, ihr kriegt beide minus 1 Punkt. Das geht nicht in 5 Sekunden. Ja, Pech, ihr seid einfach scheiße. Minus 1, Minus 1. Ja, Wollnami, sehr schön. Nehmt mir 3 Rapperinnen aus Deutschland. Loredana, Shirin David, Schwester, ever. Stark, Digga. Wow. Haha, Yusuf, er hat dich aufgeholt. 0, Minus 1. Yusuf, was ist da los? Was ist da los, Yusuf? Nehmt mir 3 Songs von Luciano. Babygirl, drive around und speppern. Und was? Check your Bamba. Falsch, 3 Sekunden. Doch, doch. Ich. Jäger, jagen die Mio, jagen die Dings. Fertig, 5,7,4. Warte, ey, Stoff. Na Babygirl hab ich nicht gesagt. Doch, hast du, ganze Maffe. Ich hab's auch gehört. Der meinte Beautiful Girl. Ja, ja, ich hab verwechselt. Aber warte mal. Beautiful Girl. Du kommst aus dem Nichts, ich wollte nicht mal. Du kommst aus dem Nichts, sagst dann hier. Ja, ich geb dir die Chance, Digga. Ja, okay, dann lass mich nochmal. Gib mir nochmal die Chance. Nein, Minus. Die letzte Frage, ich führ immer noch mit einem. Wie steht's? Ja, mit einem Punkt führst du. Mit einem Punkt, Digga. Mit einem Punkt führst du. Es ist nicht die letzte Frage. Ich mach noch zwei. Wenn ich gewinne, hab ich so oder so gewonnen. Hä? Wenn ich diese Frage hab, dann hab ich so oder so gewonnen. Nein, die letzte Frage gibt zwei Punkte. Das letzte gibt zwei Punkte. Hä? Nein, das ist nicht. Doch, hab ich. Ich hatte sie schon ganz am Anfang in meinem Kopf. Deswegen geb ich zwei Punkte oder drei sogar. Ich hätt am Schluss nochmal. Komm, trink. Okay, dann mach ich nichts bei der Frage. Trink mir eh nichts. Was reibt sich auf Flasche? Tasche. Hahaha. Unentschieden. Jetzt macht ihr beide eure Augen zu. Macht aber wirklich Augen zu, okay? Haha, guckt nicht. Guckt nicht, hab ich gesagt. Also wer das macht, hat gewonnen jetzt. Ja. Okay, jetzt werde ich nach Streichwitzern an. Ich kriege keine Luft mehr. Braucht nicht. Wartet kurz, Digga. Die Kerze ist kaputt, Mann. Ja, Jun, du hast doch schon gesagt, dass es eine Kerze ist. Warum können wir nicht gucken? Ja, dann guck doch, hä? Hä? Holt mir mal eine neue Kerze, weil die Kerze ist kaputt. Und warum fremst du so schnell? Wir haben jetzt hier eine Kerze, okay? Jetzt kommt es drauf an, wer schneller von euch ist. Wer schneller diese Kerze mit der Nase ausspustet. Deine Nase verstopft, Digga. Egal. Ohne Schummeln. Wer will anfangen? Macht Ching Shai schon bis eins? Ching Shai schon. Du. Das entscheidet alles jetzt. Drei, zwei, eins, los. Hä? Scheiße, das ist so einfach. Hey, die Zeit läuft noch. Ey, wir müssen mehr Kerzen machen. Scheiße, ich bin so dumm. Ja, das ist doch voll dumm. Warte, ich will mehr Kerzen. Okay, Freunde. Das war irgendwie dumm mit einer Kerze, weil das geht ganz schnell. Hier einmal. Hä? Wie hast du das gemacht, Mama? Nein, das war Glück. Nein, das war komplett Glück. Nein, das war kein Glück. Nein, das war kein Glück. Scheiße. Ja, dann mach doch. Das ist schwerer als das. Was laberst du? Ich mein's ernst, warte mal. Quay. Ey. Die letzte Challenge und das entscheidet jetzt, wer die Bestrafung macht. Okay, drei. Du musst weg, du musst weg. Ja, ich geh weg. Los. Das geht nicht. Weiter, weiter. Los. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Los. 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 Mach. Mach doch. Ey. Ey. Mach. Geht nicht. Ich weiss. Geht nicht. Freunde. Es hat wieder nicht geklappt. Yusuf kriegt's einfach nicht hin. Wir machen das jetzt ohne Zeit. Ihr geht beide hier an die Seite. Und dann pustet ihr einmal richtig mit voll viel Kraft. Und müsst versuchen, so viele Kerzen es geht auszumachen. Und mit einmal pusten. Mit einmal pusten. Aber ist egal, wie lange. Einmal so. Du hast Zeit, fünf Sekunden Zeit, jetzt Luft zu nehmen. Okay? Und dann darfst du pusten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Los. Scheiße, warte, warte, warte. Steh nicht mal pusten. Steh nicht mal pusten. Nein. Nein. Der hat meine Hose zurückgestillert. Meine Hose ist weg wegen dir. Ey, das hat mich verwirrt. Ich sag drei zu eins, dann gehen die fünf Sekunden los. Wenn ich sag fünf, dann darfst du pusten. Dann musst du pusten. Obwohl, nee, dann darfst du nicht mehr atmen. Ja, okay, Digga. Dann darfst du nicht mehr atmen. Nee, wieder. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Es sind auf jeden Fall eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kerzen aus. Drei sind noch an. Jusuf, somit hast du leider verloren. Ich mach dir die Bestrafung. Und dann geht's los. Was? Ich möchte mich bei dir bedanken. Es war ein fairer Kampf. Was für fair. Ja, ja, ja. Guck, greift man. Das ist eine Schnurrei, Digga. Da ist doch irgendwas drin. Aber ich sag nicht was. Hey, lecker. Ich mach's ernst. Komplett Eiweißformel. Augen auf und trinken. Also wirklich, ohne nachdenken. Nase zu, runter. Einfach runter. Einfach runter. Nein, einfach nicht kotzen. Ich schwör, ich hab Angst. Ich schwör, ich hab Angst. Ich würd's nicht mal sehen, Digga. Ich kotze auch nicht. Auf, los, 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 los. Ja. Ja. Jusuf, Jusuf. Ey, ich schwör, ich kann nicht. Digga, warum? Nase zu, einfach rein. Nicht nachdenken, nicht nachdenken. Richtig. Ich schwör. Ey, wie ekelhaft. Hat der? Digga, der hat alles reingekotzt wieder. Einen Schluck wenigstens. Ich hab doch. Nein, du hast wieder reingespuckt. Einen Schluck nur. Ey, du bist so ekelig. Okay, reich. Scheiß drauf. Während der trinkt, kotzt er schon. Okay. Drei, zwei, eins. Für mich waren die Beide die Verlierer, Digga. So. Ich hab nicht ernst gemacht. Aber ich sag dir so, die nächste Challenge werde ich gewinnen. Wenn ich gegen dich bin, gewinn ich eh. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentiert dieses Video. Kommentiert wer für euch. Und abonniert den Kanal. Doch wir sind die Besten nur zu dritt. Jeder schaut die Videos, weil wir zu dritt lustig sind. Also alle Daumen hoch und abonnieren. Und nicht vergessen, alle die Glocke aktivieren. Was ist meine Waffe? Sie sagt mein Leben sei zu exzessiv. Gib deinen Jahreslohn aus in einer Nobel-Butique. Behandelt mich wie ein Geek, doch bin grad auf meinem Peak. Jetzt will jeder so sein wie ich, aber ich bleibe unig.